So. Jetzt hast du Scarf. Und jetzt liegt das Katana genau bei dir. Also das ist schon drin, aber wie gesagt, vieles ist noch nicht ganz fertig. Du hast halt einfach ein globaler Marktplatz. Imaginärer. Zelt Dildo. Kaum genug. Das kann ich rausschneiden, weil das kann ich benutze. Fürs Video. Weil das ist mir Marktplatz, bevor ich es wieder vergesse.